Als ich meine erste Million hatte, das hat mir absolut nicht gelangt. Das war viel zu bescheiden. Ich wurde Multimillionär und auf einen Schlag habe ich nicht nur alles verloren, sondern mehr als alles. Ich bin vom reichen Mann zum grossen Schuldner geworden. Aber ich kann heute sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte.